Nobody get hurt, nobody get hurt, neuer Versuch, neues Glück hoffentlich, äh, ja, letzte Folge haben wir die ja fast geschafft hier, die Challenge, gucken ob wir diesmal hinkriegen, wir starten wieder unten in dem Turm und versuchen wieder zu entkommen, diesmal mal Tageslicht auf unserer Seite, bin mal gespannt, weil letztes Mal hat uns ja ein scheiß Helikopter oder so auseinandergenommen, Dieses Mal hoffentlich nicht, na du, harte Sau, schiete mal ne Runde so, Äh So, da sind wir wieder, mitten in der Action jetzt Wie er wieder nicht reagiert Jetzt haben wir rein theoretisch schon wieder freie Bahn, na rein theoretisch, links ist voll und wir haben kein Fahrzeug in der Nähe, nur unser Auto, das wir aber nicht benutzen dürfen, genauso wenig wie den Jet, das ist einfach zu einfach mit dem Jet abzuhauen Ich glaube nicht, dass wir in der Nähe heißt, irgendwie einfach mal so ein Jet rumstehen haben, immer wieder Deswegen warten wir darauf, auf das, was uns gegeben wird Luftunterstützung haben wir auf jeden Fall auch schon mal, von dem Jet Ja Alle links die Schweine Huch, wo kommt er denn her Da hinten wär ein Jeep Ja, und ein Panzer, toll Jeep 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 Hat er den jetzt gesprengt oder nur den Panzer auseinandergenommen Oh ja, 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 ist aber auch hier ne Nummer, ne Tim tot? Was? Fuck Sind auf uns allein gestellt erst mal wieder Ziel ist einfach nur, dass ich mein Leben hier rauskomme Fällt mir grad ein, ich muss die Crew ja noch erstellen Erst mal einen guten Namen ausdenken So Mist, der Wagen ist am Brennen Du heilige Scheiße Oh oh Gut, wir sind jetzt auf uns allein gestellt Nun noch Luftunterstützung Oh Gott, jetzt kommen noch die Einheiten Ah Mist, wieso bleibt der nicht da? Da vorne steht ein Fahrzeug Jetzt müssen wir hier nur noch Diese Verkorksten loswerden Guck dir den an, der war am Brennen und der juckt das gar nicht Wie die uns wieder getroffen haben, ne? Boah, der Jeep da, der steht echt scheiße Der könnte jeden Moment explodieren Das ist so eine schwere Scheiße hier Wenn der mich trifft hier drin, ne? Dann weiß ich ihn nicht Scheiße, Skills ist auch hinüber Jetzt sind wir ganz alleine Boah, nö, ey Jetzt fehlen Crewmitglieder Da ist zu viel Action links Da steht auch garantiert ein Panzer in der Menge Ja Das war's für heute. Das ist kritisch, wir werden hier grad voll eingekesselt. Und ich kann grad nicht erkennen, ob der Jeep dahinten jetzt überhaupt noch fahrtüchtig ist. Aber warum schlägt der Typ? Ist der besoffen? Ist doch kein Ding der Unmöglichkeit hier, oder? Das war Fail, mein Freund. Ball an die Muni-Apps, so geht nicht mehr. Oh-oh-oh-oh-oh. Wir müssen uns langsam raustrauen, sonst wird das hier wieder nix. Mach der da, du passt hier nicht rein mit der Karre, weg. Das ist blöd. Gut, sagen wir mal, der ist hier der Fluchtwagenfahrer. Komm, komm, komm. Nein, 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 nein. Und wieder hat's nicht geklappt. Ich sag doch, das ist viel zu kompliziert so. Das muss mit Plan gemacht werden. Das geht so nicht. Haben wir jetzt wieder gesehen. Da hauen uns die Panzer-Eifer weg. Was brauchst du, Boss? Ein paar Fahrzeuge? Ich kann sie rein bringen. Es kommt an dich. Der könnte mir rein theoretisch mit einem Cargobob einen Sportwagen da hinschmeißen, als Fluchtfahrzeug. Das wäre ja dann nicht so erschietelt, sondern auch als wenn man das geplant hätte. Das wäre ja nicht so schlimm. Frontalangriff. Unglaublich, diese Challenge. Einfach unglaublich. Boah, ich hasse das. Jetzt haben wir die Karre hier stehen. So. Ach du Scheiße! Da ist ja ein Panzer, ey! Boah, man kann's doch übertreiben, Alter. Kann. Wir schießen doch nicht mit unseren Panzern rum. Fickt euch doch, ihr Kackstelzen, ey. Das ist doch nicht mehr wahr, hier. Ich raste aus. Echt? Der Wahnsinn. Ach, ja! Dann, du Hurenbängel. Bist wieder zu blöd zum Scheiß. Ja, du fahr mich ruhig fast platt, du Bastard-Sono. Der Schrotthaufen-Ding ist doch wahrscheinlich viel zu langsam. Läuft bei mir. Jetzt werdet ihr mir auch ein bisschen zu witzig hier mit euren Scheiß. Da war ein Panzer. So. Ey, ist das... Ey, warum? Das klappt ohne... Ohne Luftunterstützung klappt das einfach mal überhaupt nicht. Das ist so ein Scheiß jetzt hier schon wieder, ne? Ey, ich krieg gleich einen Anfall. Ja, klar. Ey, das ist unmöglich. Panzer, weißt du? Sie schießen hier einen eigenen Turm, nur weil da irgendein Freak drin hockt. Ja, klar. Mit dem Jeep passt das vorhin, ey. Boah, ich verzweifle echt an dieser Scheiß-Challenge. Vielleicht nehme ich hier wirklich einfach einen Jet oder so. So, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Letzter, die letzte Folge da mit. Ich will das jetzt nicht tausendmal hier versuchen, denn da haben wir gar nichts mehr hier. Okay, how trying! Wir sehen uns in der nächsten Folge.